so hallo meine lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren update video hier auf meinem kanal bei mir bekommst du tägliche chartanalysen meine persönlichen prognosen meine trade setups zu bitcoin und ethereum und einmal die woche gibt es ein großes live zu all deinen lieblings altcoins und wenn du noch nicht teil dieser geilen community bist dann hast du gerne das kostenlose abo da ein kommentar ein like die glocke auf alle stellen damit du benachrichtigt wirst sobald ein update video hochgeladen wird und wenn du das gemacht hast dann gehen wir auch gleich in der analyse leute unglaublich riesen update bitcoin korrigiert unglaublich unvorhersehbar wir fallen bei bitcoin ich glaube die geht die welt geht unter wir wissen nicht was da gerade passiert ist oder was gerade passiert bei bitcoin ja so ungefähr habe ich mal heute ein bisschen youtube durchgeschaut was meine kollegen da so machen und so ungefähr ist der tenor durch weg durch youtube ist immer wieder lustig zu sehen wir haben ja dieses szenario dass wir hier fallen sobald wir diese rote linie hier durchbrechen haben wir schon seit tagen seit wochen auf dem schirm für uns ist es nichts ungewohntes wir sind froh wir kriegen wieder die möglichkeit uns hier zu positionieren auch mit der trading challenge 500 xxx stehen wir auch kurz davor vor unserem ersten entry trade management von a bis z was ein profi trader in dem fall ich sein trade management fahre gibt es natürlich für die kanalmitglieder wenn du noch nicht teil dieses kanals bist dieser mitgliedschaft von der trading challenge registriere dich gerne unter meinem kanal werde mitglied 4 euro 99 im monat ist ein furz für ein komplettes trade management wie man ein 500 konto hoch tradet zu summe dann sehen was von der summe herauskommt dabei aber auf jeden fall ein spannendes projekt gerade für die leute wo auch noch nicht so viel erfahrung haben nicht so viel trade nicht so viel zeit zum traden haben gibt es komplettes trade management unter professioneller führung deswegen melde dich an werde mitglied gibt es halt einmal im monat ein döner weniger ist auch was für die gesundheit gut also soviel dazu und jetzt zu bitcoin ihr seht ja hier wir haben diesen aufwärts gehen den trend haben wir da unten gebrochen wir haben ihn sogar auch bilderbuch mäßig gerüge testet gestern ist jetzt hier wir sind hier runter gebrochen kommen danach hoch retest und abfahrt nach unten das entgegensatz korrektur wir müssen jetzt auch nach unten verschieben wobei es für mich jetzt nicht mehr wirklich bewandtnis hat zum traden sondern für den markt zu kontrollieren weil einfach jetzt aus dem grund bitcoin er hat deswegen auch im fanden dass vorsicht es ist kein klick bett ja das soll ich bloß um warnen verfallt nicht in irgendwelche schreck gespenster und das bitcoin jetzt ins bodenlose fällt ja oder keine ahnung was da so rum geistert sondern es kann sein wir sind jetzt nämlich hier in einem bereich wo der markt jederzeit wenden kann ich habe das auch vor meiner telegram gruppe in der öffentlichen ganz frei zugänglich für euch alle habe ich das auch gepostet und zwar wenn wir uns hier denn via bp an mit reinnehmen auf dem zwölf stunden time frame auf dem tag ist ein film war das natürlich dann seht ihr hier da braucht etwas länger zum laden soweit auch nicht so da seht ihr hier wir sind jetzt genau in diesem volumen spike wo ich euch auch schon seit wochen gesagt habe dass ich für diesen bereich hier der bereich von 36 bis 31.000 us dollar denke davon ausgeht dass wir das im nächsten bull markt dass dieser bereich hier das bernmarkt low sein wird also sprich in vier jahren ist das hier das neue bernmarkt low und der markt bereitet sich darauf vor dass wir hier genug volumen aufsammeln so ähnlich wie hier unten bei diesem bereich wo wir das allermeiste volumen gehandelt haben seit es bitcoin gibt das ist der bereich wo bitcoin wahrscheinlich nie wieder hinfallen wird höchstwahrscheinlich das ähnlich können wir jetzt auch hier aufbauen dass wir hier genug volumen rein bekommen ist jetzt auch hier diesen bereich dieser volumen spike der hat dann auch unser bernmarkt low von letzten jahren gekennzeichnet wo wir knapp auf diese 15.000 16.000 untergefallen sind es war auch hier dieser volumen spike und dieses volumen was wir jetzt hier haben das wird höchstwahrscheinlich im nächsten bull markt unser oder nächsten bärmarkt unser bärmarkt low festigen so und deswegen jetzt hier jetzt sind wir gerade in einem bereich wo wir wieder mehr volumen haben wo wir mehr gehandeltes volumen haben ja das ist ganz wichtig das ist kein volumen profil wo von unten nach oben geht also dies was die meisten kennen wo hier unten irgendwo rumschwirrt sondern das ist wirklich gehandeltes volumen wo es ersichtlich ist dass es da wirklich gehandelt wurde nicht nur hinterlegt wurde und scheiß ist ja so also von hier aus kann der markt jederzeit nach oben wenden aber ihr seht auch hier dieser volumen spike der größte volumen spike von diesen dreierblock liegt tatsächlich hier oben bei 36.600 us dollar bis runter zu knapp 34.000 us dollar ich gehe auch stark davon aus dass wir spätestens in diesem bereich von 36 5 bis 31 5 spätestens aller spätestens nach oben wenden werden ja aber ich auch hier diese linie angezeichnet bei 32.500 ungefähr das ist von unserem letzten bärmarkt vom letzten jahr war das sie noch resistance gewesen wo wir es ja einmal probiert haben zweimal dreimal und dann beim vierten mal haben wir den durchbruch nach oben geschafft und somit dann dass den bull markt sozusagen bestätigt das hier könnte dann hier noch als support dienen auch das hier liegt genau hier in diesem großen volumen spike wo wir hier haben also das ist übergeordnete für bitcoin mein szenario wenn wir zweite korrigieren spätestens hier in diesem bereich wo wir uns hier aufhalten gehe ich davon aus dass wir hier nach oben gehen und das gehen wir auch auf den vier stunden teilnehmen das besser sehen also jetzt hier dieser bereich 39 5 bis 36 6 kann sein dass wir von hier aus eine frühzeitige reaktion nach oben sehen dass wir so machen und so dass wir gar nicht die 36 6 anlaufen es kann sein aber mein wahrscheinlichstes szenario ist das 50er level also die 36 1600 us dollar ist halt nach sk system das wahrscheinlichste szenario dass der markt darunter laufen wird und wir können aber auch hier so etwas ähnliches sehen was wir hier hatten wo wir unser b level angelaufen haben hier gab es auch eine frühzeitige reaktion wir haben das 50 level wobei knapp 23 1700 us dollar lag nicht angelaufen wir hatten hier einen scharfen abverkauf haben drüber gehandelt haben uns hier oberhalb bullisch akkumuliert aber ja auch damals ganz klar kommuniziert wenn der markt nicht hier rein läuft können wir uns hier oberhalb bullisch akkumulieren und dann kam ja auch dann dann der durchbruch nach oben über diese weiße linie und so etwas ähnliches können wir auch hier sehen ja also wir müssen nicht rund auf die 36 6 nur wenn wir unterkommen liegen unsere order bereit und dann werden wir endlich abgeholt mit unserem mit unserer challenge das wäre nicht schlecht aber wie gesagt markt muss hier nicht runtergehen übergeordnet erwarte ich aber dass wir dann von hier aus aus diesem bereich weiter nach oben gehen ziele wird nach wie vor knapp 51.000 us dollar bis 57.000 us dollar und ich gehe auch jetzt stand jetzt davon aus dass wir die blaue sequenz noch zu ende bringen bevor wir eine größere korrektur sehen ja weil wir einfach hier es ist es sieht für mich obwohl wir hier mit etwas toleranz abzug ja es war nur drei prozent bis zum ziel level es sieht für mich einfach nicht fertig aus warum sie ist für mich nicht fertig aus weil wir hier ich gehe ich erwarte davon ich erwarte vom bild können dass wir in einem sehr bullischen umfeld sind auch wenn die makroökonomischen sachen nicht gerade passen bei bitcoin und beim für alle märkte aber die traditionellen märkte die jagen ein all time high nach dem anderen s&p alles jagt alles durch die decke deswegen ist für mich auch bitcoin hier nicht zu ende mit dieser sequenz ich gehe auch hier davon aus dass wir noch weiter hoch gehen und meine erwartungshaltung ist dass wir bullisch sind also gehe ich davon aus dass wir mindestens immer noch in den bereich von 54.000 us dollar hoch gehen sollten bis wir eine größere korrektur sehen werden sollte der markt jetzt aber und das 78 sechser fallen also sprich unter die 30.000 us dollar kann es sein dass wir hier diese blaue sequenz fertig gemacht haben und der markt einfach eine größere korrektur jetzt schon braucht um wieder genug anlauf zu holen egal wie es ist wir sind auf beide szenarien mit der trading challenge vorbereitet wir haben unser stop loss ganz klar definiert dass wir auf jeden fall hier sollte der markt runter gehen wir abgeholt werden und beide szenarien traden können weil wie gesagt es ist halt nicht ganz klar ich erwarte dass wir hier hoch gehen bis wir eine größere korrektur sehen aber der markt ist es ziemlich scheißegal was ich erwarte ist halt so ja also soviel zu bitcoin und wenn wir jetzt hier auch noch die ema rein holen ja das ist für die leute wo diese bunten linien er feiern ihr seht ihr auf dem zwölf stunden time frame sind wir jetzt hier genau beim 200.000 das ist diese gelbe linie bei uns drauf mehr oder weniger jetzt schon aber auf dem tagestime frame gucken wir uns das an seht ihr die 200.000 was uns als letzten support dienen soll die kommt jetzt langsam von hier unten hoch und bewegt sich richtung unseren 36.600 us dollar also ich gehe davon aus dass wir tatsächlich so weit runter gehen und diese ema zumindest mal antesten eventuell auch kurz unterschreiten so wie hier es in diesem bereich der fall war wobei wir hier in einem anderen umfeld waren da waren wir noch nicht so bullisch unterwegs da war der markt sich noch nicht sicher erst mit dem ausbruch über diese weiße linie hat sich das stark bullisch verändert deswegen gehe ich davon aus dass wir hier wenn wir untergehen sollten wir die 200 ema halten ja ich werde zwar nicht danach ich habe meinen einstiegslevel hier schon klar definiert aber für die leute wo das gerne sehen könnte sie mitverfolgen tagestime frame 200 200 ema könnte uns als bei uns dienen und dann weiter nach oben gehen und danach die große korrektur bei ethereum sieht es etwas anders aus machen wir die ema aus und zwar ist jetzt hier bei ethereum haben wir die los noch nicht unterschritten die signifikanten los deswegen ethereum ist etwas bullischer unterwegs gerade in dieser marktphase haben wir euch auch schon erklärt in den letzten videos es laut daten sind wir in einer altcoin season das heißt altcoins sollten nicht so stark korrigieren wie bitcoin ist zum beispiel und auch umgekehrt sollten altcoins jetzt stärker pumpen als bitcoin wenn es wieder in bullische trendwende bereiche geht bei ethereum ist es schwierig stand jetzt gehe ich davon aus dass wir hier runter gehen auf die 1894 us dollar das haben wir hier noch sind noch knapp 15 prozent bis darunter schwierig bei bitcoin haben wir nicht mehr so viel platz bei bitcoin sind es nur noch stand jetzt knapp fünf bis sechs prozent bis wir unseren bullischen trendwende bereich erreichen deswegen kann es sein dass wir hier bei ethereum nur eine kleine zwischen korrektur einlegen und uns dann hier schon aus diesem bereich einen moment zeichnen ich euch auch gleich ein oder gerade ein so und das machen wir uns dann in grün also bei ethereum kann sein dass wir hier nur eine kleine zwischen korrektur einlegen und zwar in den bereich von 2095 bis 1885 us dollar würde aber dann wieder hier runter gehen die weiße box hier in den weißen trendwende bereich also es kann sein dass wir hier nur kurz die 2095 antischen oder knapp drüber schließen machen wir uns auch das 38 zweimal an für euch ist jetzt hier ähnlich wie bei bitcoin sind wir zwischen 38 2 und dem 50er retracement es kann auch bei ethereum jederzeit von hier aus sein dass wir weiter nach oben durchziehen wie gesagt liegt einfach daran es ist augenscheinlich altcoin season also sprich die altcoins allen vorweg ethereum ist ein altcoin korrigiert nicht so stark und pampt dafür nachher umso mehr als bitcoin deswegen kann es sein bei themen dass wir von diesem bereich aus hier die wände schon sehen und weiter nach oben ziehen sie level knappe 2900 us dollar bis hoch zu 3300 3400 us dollar auch hier erwarte ich bei ethereum spätestens in diesem bereich hier dass wir von hier aus die wände nach oben sehen hängt aber auf natürlich ein bisschen von bitcoin ab sollte bitcoin eine frühzeitige reaktion uns zeigen im markt dann wird es auch bei ethereum nicht so tief runter gehen sondern damit er das grüne hier halten und wir aus diesem bereich hier dann nach oben ziehen dieser grüne trendwende bereich kann man traden wie gesagt macht ist 38 2 wieder weg weil das ist nicht sk-konform also dieser grüne bereich kann in einem long gespielt werden wer das machen will ich nicht ich warte auf mein entry bei bitcoin und bei altcoins altcoins auch alle gerade viele im bullischen trendwende bereich in alex wie gesagt ich habe schon gestern gesagt klickt einfach in die telegram gruppe da sind viele eikon setups drin aber auch jetzt endlich unseren bullischen trendwende bereich angelaufen cardano kurz davor jetzt ja hier knapp kurz davor arbitrum hat auch jetzt unseren bullischen trendwende bereich angelaufen ich habe es auch in der telegram gruppe gepostet bärische sequenz zu ende gebracht hier ziele erreicht von hier aus dem markt kann jederzeit nach oben wieder durch schießen also ihr seht ihr durchweg sind wir bei vielen icons im bullischen trendwende bereich polka dort hat hier auch noch mal ein neues low geformt von hier aus kann es auch bei polka dort jederzeit nach oben durchgehen soviel dazu zu den märkten wie gesagt bei bitcoin müssen wir aufpassen es kann jederzeit nach oben wenden ich gehe aber davon aus dass wir in den bereich von 36.000 bis 32.000 rein stechen werden und spätestens beim 200 der ima auf dem tagestime frame support finden davon hier aus dem bounce nach oben sehen also keine panik leute wir haben das szenario schon seit tagen seit wochen auf dem schirm die anderen click beta auf youtube die brauchen das halt diese spannung wir sind daten und fakten basiert und daher würde mich freuen wenn du teil dieser community wirst und wir sehen uns dann zum nächsten update video euer joe macht es gut und ciao ciao leute